Moin Leute, weiter geht's. Gleiche Lobby, gleiches Glück. Neue Folge, äh, Controller? 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 Ach, da unten. Guck mal, ich hätte ihn jetzt schon wieder nicht gefunden, hätte ich mich jetzt nicht nach unten drückt. So. Gleiche Lobby, gleiche Map, gleiches Glück. Wollen wir mal eine andere Waffe spielen? Nö, gleiche Waffe, gleiche Lobby, gleiche Map. Oh mein Gott. Es geht schon wieder los hier, ich spüre das. Oh mein Gott, mein Kumpel. Ha, ich krieg noch. Scheiße. Bäm. Oh mein Gott. So, ähm, jetzt, so steht es 6-6. Der vierte hat 4. Das heißt, wir müssen uns anstrengen. Oh mein Gott. Oh, lol. Hellboy. Hellboy, er heißt Hellboy. What the fuck? Bäm. Oh, schade. Hätte ich Bäm gemacht, hätte ich den gleichen wieder gekillt mit dem Auto, ey. Okay, Leute, wir müssen uns dann nochmal konzentrieren. Ich will hochgehen. Da ist bestimmt ein Sniper oben drin. Oder halt nicht. Oh mein Heilige. Okay, dieser Pac-Man-Typ, der redet mich langsam richtig auf. Meine Fresse, ey. Ich hätte ihn so oft schon kennen können, aber nein. Oh mein Gott, ey. Where are the enemies? Wurschtel dich. So, ey, das ist keiner. Oh mein Gott. Regt er auf. Mann, mein Mein war ja gerade geil. So. Kunneril. Bebebebebebebebebebe. Hm. Da, 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 da. Oh mein Gott. Spring doch da rüber, du dummer Junge. Okay, hinter mir war ein anscheinend. Oh mein Gott. Guck, guck mir das erstmal an. Äh, lol. Ja, das sieht man nicht, weil der Hacker ist nicht falsch. Aber der hat so rumgebannen gehoppt, ey. Das hat richtig auch gerät da unten in seiner Nacht. Lol. Bäm. Okay, wir legen vier Kills hinten. Drei Kills hinten. Das ist aber immer noch Zweiter. Das kann sich aber wieder ganz schön ändern, deswegen nur. Oh mein Gott. Da killt er mich. Da killt er mich. Hier ist auch nichts los. Da ist nichts los. Da ist nichts los. Where are the Gainers? Da war einer. Oh mein Gott. Jetzt kommt noch eine feindliche Drohne, hab ich gerade noch mal drauf. Dann geht die Pasta ab und sagt... Alter, der kommt mir ganz den Typen an. Hä? Der lutscht dich mal so nach rechts so richtig sch... Oh mein Gott. Spongebiet mich doch, du... Hitmager. Kumpel gekillt. Da ist keiner mehr. Ach du... Wie dumm das. Bäm. Oh mein Gott. Ich will es jetzt hier noch gewinnen und ich irgendwie so ein Millen... Was geht mit dir, Junge? Oh mein Gott. Dieser Pac-Man-Typ, der redet mich richtig auf. Der führt auch noch an, nee. Irgend so ein anderer Vogel finden. Lol. Ich weiß, dass der oben einen da drin hakt. Oh mein Gott. Das Dreieck geht noch von mir weg, weil ich so gut bin, ne? Wahrscheinlich, ne? Kommt der von hinten weg. Der Typ, ne? Der glitscht sich immer so nach rechts und links. Gucken wir das uns mal an. Das sieht so richtig fail aus, ne? Da ist einer. Da ist keiner. Und jetzt dieses Skahane. Das ist die geilste Waffe. Das ist die geilste Waffe. Kills Vorsprung, wenn ich mir die ganz gezielt habe. Oder bei 5 sogar. What the fuck? Aber der eine hat lecker gewonnen. Das macht mich traurig. Wer hat der ge... Flitschen, flitschen, flitschen. Der hat 16 Kills, der hat mir zumindest 21 Mal erhielt. Nein. Nein. Opfer. Egal. Burscht. Wir sind Zweiter. Das heißt, es ist immer noch drin. 15 Mal hintereinander gewonnen. Oh mein Gott. Scheiß. Die Wand an. Aber egal. Im Moment sind wir Level 42. Ich glaube, habe ich jetzt die Überliste freigeschaltet? Und 43. Ich weiß das gar nicht. Ich mag die Ballista voll. Auch wenn ich die gar nicht auf Gold habe. Ballista? Hm? Ballista? Noch ein Level machen. Egal. Wurstcht. Nuke-Ton. Da muss ich wieder mal eine schöne Fall nehmen. Weil die geht da echt ab. Oder ich nehme die PdW. PdW? 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 Ah, habe ich weggemacht. Oh, die ist klasse. Vielleicht sollte ich die auch mal nehmen. Guckt euch die klasse mal an. Ja, die ist die geilste, ne? Oh Mann ey. Leute. Wo ist eigentlich die Ghost-Time? Die gibt es für PS3 noch gar nicht. Oder? Ne, gibt es nicht. Kann man die irgendwie kaufen? Oder auf Xbox gibt es die, glaube ich, schon. Habe ich ein paar random Videos gesehen. So, jetzt kommen 15 haben wir. Jetzt kommen wir noch die 16. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt auch Schluss ist. Aber, äh, wir versuchen natürlich das Gegenteil zu machen. Ah, so. Freifiale, Nukedown, 2000, äh, schieß mich tot. 25, so heißt es. So, ich überlege gerade. Wir können dann mit der Waffe anfangen, wenn es nicht läuft, nehmen wir die andere. Okay. Leute, das heißt besonders konzentrieren jetzt, weil mit Schockerns auf Nukedown ist das so eine Sache. Ha, das war mein kompletter Darm in der KSG-Gespiel. Ich fette, er hatte genau dieselbe Klasse genommen, weil wir die so ausgetauscht haben. Ha. Lol, da oben. Nein, nicht so ernst. Ach ja, ich habe kein Zivil, aber was ganz Schlimmes bei einer Klasse. Oh mein Gott. Ein Tod noch und ich auch. Oh mein Gott. Immer von hinten auf Nukedown. Okay, es ist Schluss. Was ist das denn? Leute, jetzt ist ja Schluss. Ich merke es jetzt schon. Diese Maka. Hör einfach auf, du kleine. Oh Mann, ey. Diese Gegner. Es ist doch nicht mehr. Jetzt reißt mir, ich sponge habe ich genauso wie diese kleinen Böcke, ey. Oh mein Gott, ey. Ich bin letzter, nicht vorletzter. Komm her, komm her. Komm, zeig dich. Komm, sei keinem Pussy. Oh mein. Oh Gott. Mann, was ist los? Hä? Wo ist der? Nein. Was ist hier los, Mann? Oh, ne verkackte Scheiße. Das läuft ja. Meine Fresse. Ich kriege die Krise. Ich kriege die Krise mit diesen Scheiß-Genern. Das sind die schlimmsten Gener, die ich jemals hatte. Oh Mann, lass mir doch... Scheiß Sponchripper, Mann. Komm her, jetzt. Da, da. Geh kacken. Du gehst auch kacken. Du gehst auch kacken. Und ich sterbe immer wieder. Und kugelsichere Weste. Und ich bin immer noch letzter. Und gleich ist es vorbei. Ich spüre es schon. Meine Fresse. Meine Fresse. Was geht denn jetzt hier? Ey, ohne Witz. Alter. Alter Schwede. Oh, ich wäre fast rausgegangen. Alter. Das sind... Oh mein Gott. Die Leute, da müssen wir stehen. Mensch. Hallo. Oh, das gibt's auch nicht. Das ist die schlimmste Lobby ever. Ohne Witz. Ohne verkackte Scheiße. Das ist die schlimmste Lobby, die ich je in meinem Leben hatte. Jetzt lege ich mich fest. Jetzt lege ich mich fest. Das ist die schlimmste Lobby. Die allerschlimmste. Oh. Oh mein Gott. Ich geh gleich raus. Noch ein so ein dumm Tod. Ich bin sofort draußen. Das ist mir sowas von scheißegal. Das zählt der nicht, weil die Gegner den Ascle-Bonus bekommen. Oh ey. Fast wärst du weit gewesen. Ich schwör das dir. Das kommt gleich eh von hinten wieder an. Aber ich denke... Hm, wieso? Ja, Linderboer kill mich doch. Oder... Oder wenn das sind die schlimmsten Gegner, die ich je in meinem Leben hatte. Das ist doch nicht normal, ey. Der eine hat gleich gewonnen. Und ich bin zwar dritter, aber... Das sind Tropfen, die genauso... Oh ey, heftig. Mann, war das schlimme Gegner. Oh Gott. Das waren das schlimme Gegner. Alter. Habt ihr das gesehen? Guckt euch bitte mal. Ich hätte so viel mehr Kills machen können. So viel. Wir wurden so... Ich glaube, wir wurden nochmal... Ich glaube, 20 Kills oder so wurden mir fast geklaut, ey. Vielleicht betreibe ich jetzt ein bisschen, aber... Oh! Das war das erste Mal, als ich dachte, es ist vorbei jetzt. Oh, ich glaube nochmal... Mein Headset ist deutlich zu laut, dass man das doppelt hört. Das tut mir alles so leid. Aber ich glaube, das war deutlich zu laut. Äh, und auch die Gegner waren deutlich scheiße. Na gut, okay. Ich glaube, ich überlege mir das. Wir sehen uns aber nächste Folge wieder. Bis dann. Bis dann.